Willkommen bei Part 5 von unserem Let's Play together Minecraft Ja und jetzt geht's los Ja Wo waren wir gerade stehen zu sehen? Wollen wir mal sehen hier beim Alexa-Kart Nein Das lag da ein bisschen Skype fliegt Oh, das ist eine Fail-Aufnahme Sorry Leute für den Lack Ich merke einen Ich meine die Aufnahme So, weiter geht's So, wir bauen gerade unser Haus Leute, ihr könnt hier so eine Höhle als Geheingang Ähm, ich baue jetzt eine Himmelvolle Okay, macht das aber, wir bauen eine gescheite Lin Die automatisch zum so ausliefern Okay, soll ich das mit Glas machen? Nein, ich mache das jetzt hier Unser Fensters 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 Grasbüschel Und es wächst auf kein Gras Grasbüschel Grasbüschel Ich komme Grasbüschel ja auf kein Grasbüschel Ja, ich war da schon, ich kenne den Der ist loll ich jetzt Das ist, weil ich den Dings da gemacht Da können wir natürlich nicht runterladen Leider 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 Aber ich kreise runter Da können wir natürlich nicht runterladen Da ist ein Zombie Da können wir natürlich nicht runterladen Leider Leider Wir haben zwei nicht zu Ja, da ist unser Lava Da bei Creeper Also wollten wir erstmal einen Bogen Das wird da schon Ja, äh, und fehl Wir haben sogar schon zwei Lava natürlich gern Ne Pfeil ist ja ein Bogen Ja, die ist mega richtig Max? Ja Oh, und ich wäre fast runtergeflossen Wie viele Steinspitzhacken hast du? Weiß nicht Ich geh nicht in die Höhle Ich hab nur den Runtergang gemacht Ich hab uns mal zwei auf Vorrand gemacht Oh, zwei auf Vorrand Ja, das sind so viele So viele Ganz, ganz So ein Füß Aus was soll ich die bauen? Wem? Aus Holz Die Fahre Ach so, ja Genau Was soll das jetzt in unserem Loch sein? Nur noch Nein Mach's auf jeden Fall Hier hinten ja Hier sind dann die Farben Weil Da vorne wird das Haus ja noch größer Das ist ja nur das Start daraus Das ist ja auch Das ist ja auch Oh, das ist ja auch Das ist ja auch Ganz Trying Der ist ja auch Das ist ja auch Däremse Was lauerst du? Das ist ja irgendwie lolig. Wieso Betten im Dungeon? Früher konnte man sich ja keine Betten craften. Die gab's nicht, Peter. Ja. Und müsste man sich dann so aus Dungeon finden. Soll ich die Hühnerfarm in die Erde machen? Ah, ich weiß nicht. Vielleicht lieber in die Erde, weil die Hühner sind immer so leer zu gehen. Ja, das kenn ich. Peter kennt das. Oh, Max. Hier gibt's so einen ganz kleinen Höhleneingang, da ist am Anfang gleich so Lava. Lava. Ich würd sagen, wir machen doch die Folge, und dann laden wir mal die Äste hoch. Ja. Die Lava. Die Lava. Die Lava. Die Lava. Die Lava. Die Hühnerfarm kannst du immer nur zwei breit machen. Minus. Aber du hast jetzt halt ein bisschen Platz an der Seite, weil du cool bist. Aber die Hühnerfarm können immer nur zwei breit machen, weil sonst das Wasser wird sie haben. Das Wasser ist sonst scheiße. Das geht. Wie denn? Mit Gangster Bro Technik? Wie denn? Schilder überall drunter? Ja. Ja, und wo ist dann der Wasserlauf, der die Eier wegbringt? Die haben uns noch tiefer gebrochen. Aber da sind doch die Schilder. Hä? Du und Jungen nix verstehen. Ach so, ich weiß wie du meinst. Ja. Das ist zwar kompliziert, aber noch. Ja, ich hab gefehlt. Die andere ist einfacher. Die andere ist. Erstens einfacher und wir brauchen sie. Und wir haben die Hühnerbeholz, weil wir arme Pennies sind. Wir haben die Hühnerbeholz. Und ich hab die Hühnerbeholz. Ich hab schon runterweg dahin zu dir Dings gesammt. Ich hab gerade ein Fassist gesagt. Die Mausklicks, die hört man im Display immer. Das wird mega infisch. Wir müssen reden, das ist ein langweiches Stückchen. Ich mach grad die Winofant. Ich mach grad irgendwas Hobbyloses. Was heißt das? Du musst dir die eine Truhe angucken. Du musst dir die doppelte... Peter macht nicht sowas. Farmholz, wir brauchen voll viel. Das geht halt ja ohne Aktion. Ja. Und der hat die Truhe so nicht in so einer Pyramidenstufenordnung ordnet. Wie ich denke. Wie ein Großteil. Okay, typisch. Ich muss grad was testen, aber ich brauche mich auch wirklich aufnehmen. Okay. Ich hab nämlich die Anzeige weggelassen mit der... Frameworkszahl. BAU DICH HOCH! Ist so dumm, ich hab gesagt, bau dich hoch. Peter! P.E.T.E.R. P.E.T.E.R. Du bist ein Gänsterer. Volls Justus. Ich geh doch mal ins Hohl. Ins Hohl. Ja, Alter. Aber kein Bullshit. Nein, ich glaube kein Bullshit. Du bist der einzige Bullshit. Was tust du da alles rein? Ich habe nur voll viel Zeit zu nehmen. Wie viele Stacks brauchen wir? Stacks waren voll viel. Sollen wir jetzt den Keller bauen? Nein, nein, nein. Ich habe da unten schon ein bisschen drin gefangen. Ich glaube so einen ewigen Wasserwürzel. Das wäre doch Scheiße. Wasserwürzel? Ja, Wasserlauf. Wir machen da eh alles wieder automatisch. Und dann fließt das alles hier rein. Ja, macht es einfach. Hier kommt dann halt so ein riesiger Wasserwürzel. Äh, so ein langer Wasserwürzel. Der bis hier runter geht. Aber ich weiß nicht, wie man den... Achso, den lassen wir dann einfach runter fallen. Das ist sogar witziger. Wenn man das Wasser nicht sieht, sondern nur da so Items runter fallen. Oder hier oben. So, die wird toll. Aber... Ich bin der Winster. Habt schon jemand. So. Jemand hat schon mal ein Minecraft ein Haus gebaut. Das darf mir das nicht. Jaaa... Kein Hausfrau, man. Penner... Let's Play. Penner Let's Play. Ah, da sind zwei Skelette. Sag ich sollte. Ich hätte mich dahin gehen sollen. Nun, der Penner Let's Play sollte. Ja, der Penner Let's Play. Alter. Ich bin nicht so alt. Ich bleibe in ein Wasserflaster. Boah, lieber das ist eh bestaub. Und das ist riesig. Wir sollten eigentlich mal ein Dach in unser Haus bauen. Was? 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 Komm, wir schlafen, mein Gott. Ich kann, ich bin... Ah, ich bin tot. Hey, doch nicht. Aber trotzdem. Ich bin tot. Komm hoch. Warte, du. Ich will gucken, ob es Diamanten gibt. Oh, Diamanten! Sogar fünf! Wirklich? Ja! Rätsel! Ja, klar! Auf welcher Ebene bist du in echt? Ich bin wirklich schon... Ich bin auf... Warte. 19. Und da ging es so runter zu einem Lavasee. Da könnten wir... Scheiße. Schwe... Scheiße. Ein Scheletter. Das ist wirklich einfach so hart. Peter, was machst du da? Boah! Das hat mich nicht runtergeschossen, sondern in so eine kleine Höhle rein. 2. War mal. Warn, verweil. 1. Warn, 2. 3. 2. 2. 1. 3. 4. 5. Oh, 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 Scheiße, nee. Marc, komm mal jetzt los. Ja, mach das gerade. Ey, du hast dein Schwert eingespielt. Aua! Das war aus Versehen. Nimm, jetzt einfach auf. Guck, auf. Ja, guck, wenn ich so dreh, muss der so dagegen rutschen. Ah ja, das kann ich dir ausmachen. Das war, das war noch total. Das ist wirklich so. Ich hab dir ja gerade so gemacht. Leute, hier sind gar keine Mops. Ach. Wann haben wir angefangen um 30? 12 Minuten. Also schlafen Leute, schlafen. Leute! Hey Leute, warum sag ich Leute? Bis bald ist, auch wie du. So, und. Bis in unserer nächsten Folge, ne? Und so.